Es ist ersichtlich, dass hier ein Ereignis ist, was man nicht mal nur als Jahrhundertereignis, sondern als wirklich ein exorbitantes bezeichnen muss. Und insofern wollen wir auch helfen, denn auch wenn die Pegel jetzt langsam zurückgehen, dann werden die Schäden noch lange nachwirken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 You will bring me back high, high again You will bring me back high, high again Will bring me back high, high again Vielen Dank.